Training und das Essen proteinreicher Diät reicht nicht aus. Sie brauchen eine hochwirksame, stark mineralhaltige, anabolische Bodybuilding-Ergänzungsnahrung. Nichts, was legal ist, bietet Ihnen das. Doch wir haben Milch vom Dachs. Ein Dachs kann das 20-fache seines Körpergewichts heben. Können Sie das auch? Unsere hochwirksame Aufbaunahrung besteht aus 25% echter Dachsmilch. Wenn Sie jetzt anrufen, dann bekommen Sie zwei Packungen mit Dachsmilch zum Preis von einer. Sehen Sie sich Yolandas Brustmuskeln an. Das ist feine, pure Dachsmilch. Das Dachsmilchmädchen scheint nett zu sein. Das ist echt mal eine gute Dachsmilch. Das Dachsmilchmädchen. Vielen Dank.